und damit bleibt hier du micro und damit willkommen ihr lieben clasher bei mir dem torsten mit einer weiteren folge let's play clash of clans mal gucken wie der home button hier die rathos 10er base macht denn ich habe auch noch zwei ingriffe offen hier mit meinem rathos 10er und mit meinem rathos 11 also mal wieder so ein bisschen live action nebenher kann ja auch nicht schaden würde ich mal so sagen und das sieht aber glaube ich ganz gut aus aber mit so einer truppe musste das auch eigentlich machen muss das doch eigentlich machen gegen den oder gegen die single infernos ich denke mal wenn das jetzt drei sterne werden dann kann ich mit dem alex eh nicht mehr so viel holen zweiter angriff lief da eben schon im hintergrund ich bin echt mal gespannt wie wir das ding hier noch rumreißen können denn der gegner ist knackig der gegner ist echt mal knackig und hat es uns nicht leicht gemacht aber ich habe es mir auch mal wieder selber nicht leicht gemacht denn ich habe mal wieder meine zeit so ein bisschen von so verdattelt hat er gut gemacht hier drei sterne der home button auf den angel und ich wollte jetzt gerade auf dem teppich rüber springen denn wir haben hier noch im nachgang guck mal den den barber king auf diese base ob das drei werden oder das war ich mal zu bezweifeln und ich habe auch nicht eine wirkliche armee dafür am starten sich sagen mit meinem mit dem alex das heißt ich könnte mich höchstens noch ein bisschen bisschen tiefer gleich orientieren ich gucke mal aber auch da habe ich nicht die richtige truppe für am starten war ärgerlich habe ich auch nicht die richtige truppe für am start gucken wir mal schauen wir einfach mal wir gucken einfach mal wie das werden könnte ich schalte mal gleich rüber aufs tabby so wie ich das eigentlich immer in den live streams ganz gerne mache dafür muss ich das habe ich noch anschließen torsten jojo machen wir mal und da bleibt er hier glaube ich einsternig ne zwei sternig auch mal sehen außen nahe gehen jetzt beide noch außen aber dass das wird ein time fail leute das wird leider ein teil fällen schade auch ist aber nicht so schlimm ist mal ja ist ein ratos elfer gerade so elf ich glaube ein zwei wochen und da wollen wir keine wunder dinge erwarten 92 prozent ist trotzdem echt mal eng und mal sehen ob ich die jetzt gucke ich mal gerade ob ich die 16 der machen kann ja ich denke mal ich kann ich kann die 16 machen ich gehe mal aufs tablet tablet ist jetzt da so da gehen wir aufs tabby und ich habe nicht die richtige armee am start ich weiß aber wir probieren das trotzdem wir probieren das trotzdem nach alter manier hier ich habe noch keine zauber fertig okay wieso habe ich keine zauber fertig ich habe doch welche gebaut da kommen sie doch okay kurzer cut okay leute ich habe meine armee jetzt endlich beisammen hat doch noch ein paar sekunden gedauert und ich weiß dass ich nicht die richtige armee dabei habe ich weiß es ich weiß dass ich nicht die richtige armee dabei habe das macht aber nichts ich greife jetzt trotzdem an machen wir so wir haben eine karre dabei wir haben ein paar riesen dabei wir haben hexen dabei ich weiß die multis laden jetzt nicht gerade laden jetzt nicht gerade ein um hier hexen um mit hexen hier rein zu gehen aber wir machen das mal nach manier wie das mal jemand getan hat wie das mal jemand getan hat wir spawnen hier alles in der ecke nur unsere karre müsste jetzt ein bisschen schneller durchgehen aber das sieht eigentlich noch ganz gut aus das sieht noch ganz gut aus wir gucken mal wo wir hier den sprung gleich ansetzen können karre alles noch super geschützt hier jetzt geht es hier rein und das sieht ganz gut aus das sieht ganz gut aus king und queen sind sind mit dabei das ist bestens kann ich euch sagen da können wir hier mal den sprung ansetzen um hier mit unseren truppen weiter rein zu gehen und bohler hatte ich in der klan book die müssen da jetzt aber auch durch das wäre ganz nett und der king muss hier vor allen dingen auch durch das wäre noch viel netter die halten wir mal eben an ich halte mal eben beide auf der seite an ich halte einfach beide auf der seite an hier noch mal den boot und außen das müssen die alleine machen würde ich mal so sagen ich könnte noch ein bisschen unterstützen hier mit einem mit einem magier den king verlangen waren verlangen sahen wir da ein bisschen schießen die krieg kommt man auch mal gerade so zünden mal gucken was sie noch mitnimmt die nimmt das noch mit und jetzt nimmt die nimmt leider eine mauer mit und aber außen habe ich noch ein paar hexen am start aber die kriegen jetzt lucky die kriegen lack scheiße und meine queen hat auch lack bekommen wir haben noch ein wenig halb punktuellen schaden in der base also der minenwerfer der könnte uns noch mal ein bisschen gefährlich werden die anderen sachen eigentlich nicht 83 prozent mal sehen die sky die können es reißen und okay ich muss gerade was ein bisschen quer lesen ich habe im moment echt viel beschäftigung kann ich euch sagen in welcher form auch immer mal sehen eine minute fünf das ist nicht das ende der der hexen hier denn die ziehen jetzt erstmal alles auf sich aber der böse minenwerfer der ist echt mal fiese und gleich laufen vor allen dingen auch die hexen aus dem bereich ja da laufen sie leider raus der angriff war gar nicht mal so schlecht es klappt immer noch 90 prozent auf diese base hier krasser scheiß muss ich sagen ihr habt ihr habt ja gesehen ich habe einfach in der ecke gestartet alles und dass das 90 prozent werden hätte ich jetzt nicht erwartet ist aber nicht so schlimm ich baue die truppe garantiert nicht noch mal nach sondern ich baue diese truppe hier nach so müsste es passen und dann da wäre so ein bisschen live action wollen springe ich mal auf mein rathaus elf und versuche hier noch ein wenig rum zu reißen so ich bin mittlerweile dabei ich habe mal wieder nur vergessen den aufnahme knopf hier zu drücken ist aber glaube ich nicht ganz so schlimm und wir nehmen die jetzt mal ein wenig hier in in wut und die haben schon mal gefressen da das ist sehr sehr gut wir haben da schon mal gefressen und dann ich denke mal wir können die hier ruhig so ein bisschen spam die truppen hier ich muss jetzt nur mal sehen dass ich sie jetzt auch mal rein bekommen so ich muss jetzt sehen dass ich die hier rein bekomme gegen den feger hier gegen den feger geht es in dem fall und außen ist das schon mal ganz nett was weg den feger fege ich immer wieder weg das ist einfach mal so denn ich muss noch ganz bis zum ende irgendwo kommen mein worden sieht aber ganz gut aus hier an der stelle einmal wo die rein gekratzt und kein feger mehr da kein feger mehr da aber da ist eine ganze menge los dann muss ich dir jetzt doch mal kurz einmal hier noch rosteln kommen kriegen macht die weg da ja wohl das klappert da schon mal ganz gut und dann müsste mir die eigentlich gelingen eigentlich müssen wir die gelingen alles cool bei dir was ist damit kannst du brauchst du jetzt nicht machen wir morgen den laptop nehme ich morgen selber mit zur arbeit hallo ja alles klar das kann ich machen okay der die ist uns in jedem fall gelungen hier 43 sekunden noch zeit ich habe glaube ich habe ich jede ich habe doch nicht alle bauhäten mitgenommen aber trotzdem das müsste 39 sekunden müssen dass diese die flieger hier eigentlich schaffen gucken wir mal 32 der worden hätte sich ja jetzt auch schon nach hinten begeben können 28 27 kommen kommen oder das wird ein time fail oder 30 20 ich habe mal drachen von a nach b fliegen lassen und da ist mir das auch nicht gelungen das heißt also da war es auch ein time fail 13 14 12 kommen der worden muss es jetzt reißen 10 ein schuss noch da zwei schuss noch da jetzt noch auf die bauhütte und vielleicht packen die das wenn sie an ok alex ist hier dann kann ich mein tablet nicht aus dem fenster schmeißen so leute ich muss mich sputen brille getauscht killer blick auf und es geht auf die acht hier es geht auf die acht im moment kriege ich übrigens gerade noch mal lack aber mal sehen 52 9 40 stets hier ob ich den mit meiner armee hier kaputt kriege ich weiß es nicht viel luftabwehren da hinten aber ich möchte die klanburg eigentlich nicht locken denn dort ist ein ist ein hund drin und ein lohn die tun mir dann beim luftangriff eigentlich absolut nicht weh allerdings ist die ist die base jetzt auch nicht so wirklich luftfähig aber wir gucken mal wir gucken mal wie wir hier nett fallen können wir setzen hier mal die queen und vorunter hauptsache so dass wir nicht die klanburg locken okay da ist der bogenschützenturm schon mal weg der king könnte ja auch ein bisschen mehr machen würde ich mal so sagen die queen schafft da vielleicht noch ein lager die gehen nach da das sieht schon mal ganz gut aus und dann kann ich jetzt meine meute hier rein schicken slimmer hinterher e drachen hinterher spam dich frei habe spaß dabei und gehe durch diese base durch gucken wir mal wie uns das gelingt hier schauen mal also ok oder ist ja jetzt doch so ein bisschen da ist doch so ein bisschen klanburg raus kommt das ist doof das ist doof dass die jetzt doch hier rausgekommen ist denn jetzt geht der hund auf hier okay ich musste eben mal ich musste eben mal mal durch heilen aber das sieht noch ganz gut aus da ist der da ist der entferne oder muss jetzt weg gehen kaum kommt kommt geht mal richtung nach da er wollte die gehen nach da in jedem fall und ich beides noch mal gefriest hier ich kriege beides noch mal gefriest jawohl und es geht auch beides weg die luftabwehr ist da gefallen und ist da gefallen aber ich habe noch ein bisschen viel bisschen viel bogenschützen türme und noch eine luftabwehr zu packen ich glaube das wird auch nichts da noch ein toll tesla ja habe ich eben auch nicht gemacht habe ich eben auch nicht gemacht die ecken mal ein bisschen betrachtet mal die ecken betrachtet ob da nicht noch irgendwo etwas ist da hinten ist auch noch mal eine bombe ok und jetzt machen die das da weg ok dass das wird auch also auch wenn die alles schaffen würden wir das jetzt ein time fail sehr ärgerlich sehr ärgerlich ich bin jetzt echt mal gespannt wie der ck aus geht denn meine meute hier greift echt gut an muss ich sagen im moment klappt es wirklich gut vor allen dingen auch gegen vermeintlich stärkere gegner denn der gegner das habt ihr vielleicht am mittwoch im live stream gesehen war schon nicht schlecht die haben neuner gegen neuner gedreiert zehner gegen zehner gedreiert und wir mussten hier wirklich ein heftiges dip fest anstarten was auch nicht ganz gelungen ist okay das war jetzt elf gegen elf aber in anderen teilen mussten unsere zehner auch die neuner machen und die elfer die zehner ich bin jetzt erstmal gespannt der krieg müsste eigentlich vorbei sein das waren ja jetzt eben nur noch zwei minuten oder so und wir haben 52 50 gewonnen habe ich echt noch drei kassiert ich habe echt noch drei kassiert scheiße gegen den vierten ok ich habe echt noch drei kassiert aber hier haben auch einige ist nicht angegriffen das sind allerdings ein elfer und dieses hier müssten eigentlich schon das ist auch noch ein elfer der hat nicht angegriffen und hier unten sind es aber schon zehner die konnten wir uns eh nichts mehr holen denn der gegner hat tatsächlich wirklich gut angegriffen hier vor allen dingen hier unteren bereich das haben es alles die neuner gemacht das haben wir alles nicht gepackt und haben dann aber ab unserem elften ich muss mal gerade gucken ab den zehner hier haben die dann doch gespechelt 10 10 der baba king ist unser erster kleiner elfer dann mit dem home button bei und das haben wir richtig gut kompensiert kann man nicht anders sagen auch wenn wir dann so einen kleinen dipfail von 12 auf 11 hatten was eigentlich eigentlich ein guter dreier gewesen wäre nur wenn man ein bisschen was vergisst kommt aber vor man hat ein bisschen stress im real life und so trotzdem glaube ich haben wir das ganz gut gerissen hier auch dies müsse ein dip gewesen sein von zwölf auf elf mit bowler was ist denn eigentlich pecker bobert pecker bobert okay offen elfer von rathaus zwölf schauen wir uns so schauen wir uns ruhig mal an wenn wir hier schon mal sind und ein bisschen live ck jetzt gerade hatten das passt jetzt gerade ganz gut das war mal wieder ein bisschen live action bringen hier die tage ist mir das ja nicht gelungen weil ich nicht dabei war und dieses mal ist mir das ein bisschen mührlung also passt schon und sieht aber ganz gut aus ich könnte eigentlich auch mal dann gucke ich nicht immer nach unten die aufnahme software einfach nach vorne holen da sehe ich den angriff hier auch und kann ihn genauso dokumentieren also hier hat in jedem fall alles gepasst auch hier ein hund in der clan burg das war eben ein bisschen doof dass der doch noch raus kam weil irgendwie meine queen doch in der range war glaube ich sehr ärgerlich muss ich sagen vielleicht für das anders ausgegangen wenn die dort nicht an dem hund noch gehangen hätten bei meinem angriff aber hätte hätte fahrrad schloss ihr kennt das selber am ende ist man immer schlauer und auf jeden fall haben wir den gegner hier niedergezwungen 52 50 ich finde es echt gut und so eine kleine kleine serie aufgebaut hier schon auch dadurch dass wir absolut ja casual gamer sind muss man ja mal so sagen ich habe auch wieder ultra spät angegriffen tagsüber finde ich keine richtige zeit mal ein bisschen über die base zu gucken um zu planen abends habe ich dann auch mal vielleicht einen stress weil ich noch mal einkaufen muss oder so dann kriege ich das auch nicht dazwischen ich baue meistens schon mal vor um diesen zeitdruck nicht zu haben vielleicht sollte ich auch einfach am ersten abend schon mal einen angriff machen irgendwo irgendwo setzen und um dann nicht so in den zeit in den zeitdruck zu kommen aber ich glaube das ist hier ich muss mal eben schauen dann kann ich euch das sagen helfer ist 10 10 10 also wir haben hier keinen neuner gepackt avatar 98 den habt ihr eben gesehen mein tablet lebt noch home button aber glaube ich auch geguckt max oder wir können wir können uns mal den von max anschauen ist das auch ein typ hier ja ist auch ein typ also das war schon ein heftiges die fest von unserer seite und aber wenn das funktioniert das hat beim gegner dann nicht so gut funktioniert oder aber sie haben halt einige schon vorab verfeuert gehabt denn einige bases von uns wurden doch des öfteren angegriffen ich glaube hellfire wurde öfter mal angegriffen steht jetzt immer noch mit zwei sternen da und dann zeugt das auch von guter defense denn der gegner war echt cool im rathaus 10 bereich hut ab da konnten wir nichts gegen stinken muss man mal so sagen mit mit zwei sternen schon aber das ist dann drei ständig wurde auch gar nicht mal so schlecht habt ihr gesehen mit dem alex 90 prozent einfach mal rein gespammt das ist ja auch nicht übel und aber dennoch sind es keine drei sterne geworden und die 16 ist jetzt auch nicht gefallen die ich jetzt eben nicht geschafft habe denn da hat man sich doch anders entschieden dass man doch noch ein elfer legt ist nicht ganz gelungen ist nicht so schlimm am ende also unterm strich sage ich immer zählt immer das ergebnis und das heißt hier für uns wenn für den gegner nicht gewonnen dann geht das hier denke ich mal locker weiter über das wochenende die klaren spiele stehen jetzt an ich werde im deutschland auch wieder werben also wenn ihr einen account habt der klaren deutschland hätte ich glaube ich mache ihn dann am freitag abend für euch auf ein bisschen klaren spiele und wir planen danach auch einen ck so mit neunern und zehnern oder so schauen wie was machen aber 52 50 den gegner hier niedergerungen und seine kleine serie mal auf null gebracht hat nämlich eine achte serie und ich hatte ja auch schon im live stream gesagt die spielen ja auch etliches an kleinen liegen das hat man auch gemerkt in den bereichen wo sie gut waren aber sie konnten dann halt oben haben sie dann halt etwas mehr glaube ich gefällt ich gucke mal an verteidigung da kann man das eigentlich immer ganz gut sehen billy hat hier zweimal verteidigt also es wurde zweimal angegriffen so muss man sagen der home button dreimal und auch alles stehen geblieben also wo er hier eine 3 steht 0 schräger 3 er hat der wird dreimal angegriffen und trotzdem wurden nur zwei sterne immer geholt fünfmal der hellfeier alter falter 99 prozent sind zwei sterne sind zwei sterne muss man ganz klar sagen der rest hat 100 kassiert hier bis hoch zu klaus kinski im ersten versuch und danach saß dann aber mau aus muss man sagen danach saß ein bisschen mauer auf das haben wir ein bisschen besser kompensiert glückwunsch an den clan hier glückwunsch und ich denke dann können wir gleich weiter in die in die suche gehen beginne einen krieg machen wir und mal sehen wie wir hier mitnehmen oder auslassen 23 ja da könnte ich ja eigentlich zwei mitnehmen die jetzt rot sind ich gucke mal wen wir da so nehmen ja so meint das eigentlich immer dirk 2 ich werde gar nicht was so und der ist irgendwo könig ist nicht dabei das haben wir mitgekriegt horda ist nicht dabei nur lasse ich die da unten jetzt raus toto und las 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 tja machen wir würden lasse gerne mitnehmen ich muss mal gucken was der las denn eigentlich ist für ein rathaus mal eben schauen auf jeden fall hat er kein status neu mehr ist auf jeden fall etwas besser als meins dann lasse ich mal den toto weg und ich lasse noch einen weg also wer das noch nie gesehen hat so sieht das hier aus wenn man hier so ein klank startet oder oder halt nicht startet ich lass mal den toto raus auch wenn er ein bisschen der der steht nur über dem von wegen der liga glaube ich und chef koch ist eigentlich ganz gut aber der soll ja woanders hin also nehmt man chef koch auch aus und ich glaube den alex nämlich hier auch weg dann habe ich nur den avatar da da müssen die das mit rathaus 10 irgendwie klar kriegen also zwanziger hier wieder am start und dementsprechend sind wir auch auf dem weg rathaus oder level 12 zu werden also klar level 12 ich finde das icon auch nicht so gut ihr könnt mal vielleicht gibt es auch schönere logos muss ich sagen für für klans aber wenn euch die folge hier mit ein bisschen live action und mit ein wenig aus unserem klank gefallen hat dann lassen wir am ende ein gleich nach oben da abonnieren nicht vergessen das ist aber da unten da ist es immer seiten verkehrt und die glocke stellen da verpasst ihr kein video mehr bei mir und ich würde sagen wir sehen uns am wochenende dschau tschau bis dahin heute